Hallo Herr Meier, na, wieder fleißig? Sagen Sie mal Herr Meier, Sie sind doch Stuckateurmeister. Und Ihr Betrieb ist ein eingetragenes Unternehmen des Stuckateurhandwerks? Und Sie haben mit Ihrem Team schon tolle Projekte realisiert? Dann werden Sie doch Stuckateur des Jahres 2017. Was das ist? Eine tolle Sache. In diesem Wettbewerb werden innovative und zukunftsorientierte Unternehmen aus dem Stuckateurhandwerk für vorbildliche Leistungen ausgezeichnet. Wer teilnehmen kann? Alle eingetragenen Betriebe des Stuckateurhandwerks in Deutschland. Dabei ist die Größe des Betriebes nicht relevant. Sie können sich in folgenden Wettbewerbskategorien bewerben. Technik, Aus- und Weiterbildung, Marketing sowie Unternehmensentwicklung. Wenn Sie sich in mehreren Kategorien bewerben, erhöht das natürlich Ihre Chancen auf den Sieg. Und wie hört sich das für Sie an, Herr Meier? Die Bewerbung geht ganz einfach. Zuerst müssen Sie sich im Internet unter www.stuckateur.de slash stuckateur minus des Minusjahres registrieren. Die Registrierung ist selbstverständlich vollkommen unverbindlich. Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie ein Teilnahmeformular. Das unterschreiben Sie bitte. Das Teilnahmeformular muss spätestens mit Ihrem Wettbewerbsbeitrag beziehungsweise Ihren Wettbewerbsbeiträgen vorliegen. Dann wird eine kleine Teilnahmegebühr von 100 Euro fällig. Am besten erstellen Sie Ihren Wettbewerbsbeitrag in einer PowerPoint-Datei, die Sie dann als PDF versenden. Bitte schreiben Sie zu Ihrem Projekt oder Ihren Maßnahmen einen erklärenden Text. Verwenden Sie auch Fotos und Pläne zur Dokumentation. Je aussagekräftiger Ihre Dokumentation ist, umso größer sind Ihre Chancen. Eine genaue Anleitung zur Bewerbung sowie alle Informationen finden Sie auf der Website des Wettbewerbs. Eine hochkarätige Jury, die aus praxiserprobten Kennern und Spezialisten der Branche besteht, bewertet dann alle Einsendungen. Ach so, Sie fragen sich natürlich, wie man als Stuckateur des Jahres von dem Titel profitieren kann? Der Gewinner wird mit 15.000 Euro belohnt. Selbstverständlich erhält der Gewinner auch eine Trophäe und eine Urkunde. Aber Sie können noch viel mehr profitieren. Nutzen Sie das Qualitätssiegel Stuckateur des Jahres als Ihr Aushängeschild für exzellente Leistungen Ihres Betriebes. Setzen Sie es in Ihre Werbung ein und zeigen Sie allen, dass Sie der Beste sind. Unser Medienpartner Ausbau und Fassade wird exklusiv über Sie berichten. So erreichen Sie eine breite Öffentlichkeit und können die Chance nutzen, professionelle Imagewerbung für Ihren Betrieb zu machen. Das kann jede Menge neue Kunden bringen. Sind Sie dabei? Na dann ran an die Tasten! Der Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2017. Und viel Erfolg! Stuckateur des Jahres. Können wir. Machen wir. Machen wir.